so jetzt habe ich mein video noch mal gestartet jetzt würde mich auch mal interessieren ob ich zu sehen bin und zu hören kann man mich sehen und hören kann irgendjemand mal eine rückmeldung geben kann man mich sehen und hören ist da was drin irgendwer hat jetzt sie zu irgendeinen daumen hoch gezeigt ja okay martina schreibt ja dann versuche ich jetzt mal ob ich kamen wieder dazu kriege so tricky sehr gut laut und deutlich zu sehen und zu hören alles klar jetzt ist nur kamen nicht mehr mal schauen wo ist sie denn annehmen ich versuche es noch mal möglicherweise klappt einfach dieser dreier schadet heute nicht wenn ich ganz sicher irgendwie klappt das ja mit der verbindung auch nie so richtig ich würde sagen ist dabei was kamen wo bist du denn jetzt ja da frage ich mich auch wer ist dir kamen gut ja das ist der der hier labert aber gut spannenden abend in die runde also kamen kommt irgendwie nicht mehr dazu noch mal versuche da passiert nix guten abend zusammen okay ich mache es jetzt noch einmal und wenn das dann nicht funktioniert wird ich schon mal anfangen und wird es dann gleich noch mal versuchen ja da klappt irgendwie nix das ich bin ich bin erfolgreich wie die legalisierung herzlichen dank ja also in unserem stream ist heute der wurm drin ich werde dann einfach mal von mir aus loslegen irgendwie klappt es nicht so recht also ihr hört mich nehme ich an das wäre auf jeden fall gut grüße nach düsseldorf ja ich rede schon fragen geschickt ja okay ein letzter versuch noch mit kamen dann würde ich ja das scheint heute nicht zu funktionieren ich tippe mal dass es dann bei kamen irgendwo ein verbindungsproblem gibt vielleicht sollte sie auch aus dem bundestagsnetz rausgehen so auf jeden fall klappt das nicht jetzt hat sie mir zumindest noch mal eine nachricht geschickt dann schauen wir mal ob das jetzt wird also da ihr mich schon gehört habt ich würde jetzt sagen ich gibt es auf ich krieg kamen hier nicht zu verbunden insofern fange ich jetzt mal an und wird versuchen ein paar fragen zu beantworten das wird dann vielleicht mit allen fragen gehen weil insbesondere bei den rechtsfragen ist kamen die jenige die die beantworten besser beantworten kann also ihr habt alles schon gelesen eine einigung hat es gegeben die unterlagen dazu in schriftlicher form liegen auch mir erst heute abschließend vor es ist nicht so dass wir an der einigung nicht beteiligt waren und nicht in etwa wussten worauf die unterlagen hinauslaufen ist trotzdem immer noch mal was anderes zu sehen was konkret drinsteht und manchmal steckt sozusagen die tücke im detail das kann auch jetzt noch theoretisch sein da muss man halt noch mal genau drauf schauen ich will ein paar punkte rausgreifen die hier schon zu heftiger diskussion geführt haben auch in meinem account erster punkt den ich rausgreife ist die frage eigenbesitzmenge also wir haben im bereich der öffentlichkeit erst mal und das ist glaube ich ein positiver punkt und das ist fürchte ich falsch verstanden worden nicht 25 gramm plus fünf also 30 gramm dann komplett unter ordnungswidrigkeit gestellt sondern es bleibt dabei 25 gramm besitz ist straffrei und auch keine ordnungswidrigkeit wenn jemand aber sich verwogen hat oder im klub hat man sich verwogen oder keine ahnung ich habe vergessen da ich noch ein bisschen in der tasche hatte und habe schon mal mein zeug aus dem klub auch abgeholt was ich holen durfte und ich habe eben 27 gramm dabei dann sind die gramm über 25 gramm also zwischen 25 und 30 gramm die sind nur eine ordnungswidrigkeit so dass man nicht sofort ins strafrecht fällt halte ich persönlich auf jeden fall für eine deutliche verbesserung erst ab 30 gramm wird es dann strafrechtlich relevant werden das erleichtert es auch der polizei und den sonstigen ordnungsbehörden die müssen halt nicht bei 0,1 gramm drüber zwingend tätig werden bei einer ordnungswidrigkeit ist das tätig werden müssen sowieso noch mal anderes als bei der möglichen strafbarkeit im privaten bereich bleibt es dabei dass ich drei pflanzen anbauen darf das haben wir nicht erhöht oder verändert wir haben aber die besitzmenge von 25 auf 50 gramm hochgesetzt und klargestellt dass es sich um getrocknetes cannabis also getrocknetes handelt nicht um die frisch abgeernteten blüten das hat den grund darin dass wir natürlich auch bei der experten anhörung sehr deutlich gemacht bekommen haben dass es einen klaren unterschied zwischen dem cannabis gibt dass man zunächst aber erntet und dem was man dann am ende auch wirklich nutzen kann das heißt da ist so die 1 zu 4 1 zu 5 genannt worden und deshalb haben wir entschieden es kann sich nur getrocknetes cannabis handeln und dieses getrocknete cannabis das beläuft sich dann auch 50 gramm es gibt viel ärger darum dass wir die obergrenze nicht ganz weggepackt haben oder dass wir nicht eine noch höhere obergrenze gewählt haben ich will an der stelle nur deutlich machen wir müssen immer darauf achten dass es am ende um eigenanbau geht und am ende uns das dingen auch europa rechtlich nicht um die ohren fliegt bei den cannabis clubs ist schon relativ deutlich gemacht worden dass viele expertinnen und experten da durchaus einen grenzbereich sehen zwischen der frage ob das noch zum eigenanbau gehört und vor diesem hintergrund war es letztlich nicht wirklich sich auf eine andere größenordnung zu verständigen aber auch das ist eine verdoppelung und wenn man jetzt die klarstellung mit getrocknet ansieht glaube ich schon eine recht deutliche verbesserung dass wir wie gesagt ohne obergrenze das gerne gehabt hätten im privaten bereich oder zumindest mit einer deutlich höheren ist noch mal eine andere frage ich kriege von vielen mit dass sie sagen da lohnt sich der eigenanbau gar nicht ich glaube dass das doch funktionieren kann und insofern ist das erst mal eine verbesserung im gesetz was noch nicht rübergekommen ist glaube ich ist das will ich wenigstens an dieser stelle noch mal sagen dann gehe ich auf ein paar fragen ein die ich hier sehe jetzt gucke ich mal ob kam noch da ist ich versuche es noch mal ob sie vielleicht was verändert hat und dann jetzt doch noch dazu kommen kann noch einmal die annahme gemacht aber es tut sich nichts was noch nicht so angekommen ist ja wir haben beim grenzwert noch diskussionen gehabt da gibt es ja auch die expertenkommission da haben wir uns wirklich auf eine frist verständigt aber die verlaubnis verordnung da ist durchaus vorgesehen dass die so verändert wird dass es gilt wie beim alkohol das heißt das nicht mehr das schlichte cannabis in der tasche haben dazu führt dass man den führerschein entzogen kriegen kann oder direkt als möglicherweise nicht fahr geeignet eingestuft wird sondern ähnlich wie bei alkohol müssen konkrete konkrete tatbestände die für abhängigkeit oder andere dinge sprechen dazu kommen das ist aus meiner sicht schon auch eine deutliche verbesserung an der stelle die frage war dann immer wieder die gestellt wurde was heißt denn jetzt eigentlich trocken also das ist nicht definiert grundsätzlich definiert wikipedia trocken als das fehlen von feuchtigkeit ich halte es auch nicht für wirklich sinnig das jetzt im detail zu definieren ich habe gehört dass es leute gibt die das ein bisschen weniger trocken gerne nutzen ein bisschen mehr trocken gerne nutzen trocken heißt erst mal der gramm gehalt wird gemessen dann an dem was wirklich trocken ist und insofern muss man sehen wie das wie das dann ausgeht dann gibt es die frage ob man es einfrieren darf also dass die blüten noch nicht getrockneten ehrlich gesagt haben wir uns mit der frage tatsächlich nicht beschäftigt wenn das geht das ist ja also da bin ich jetzt tatsächlich da fehlt mir die fachlichkeit an der stelle ja jetzt kommt hier dass es weiter kontrollen geben wird also grundsätzlich ist es so dass kontrollen natürlich immer stattfinden können solange wir noch eine strafbarkeit haben und grenzen gleich welcher art gelten aber es wird nicht schlicht hausdurchsuchungen geben weil man zum beispiel cannabis gerochen hat denn das ist kein indiz mehr dafür dass jemand missbräuchlich etwas macht weil man darf es ja in zukunft und insofern schränkt das die kontrollen und alles was dazu gehört schon deutlich ein bewerbung zur anwahl also ich versuche jetzt in der zwischenzeit auch ein bisschen mitzulegen warum der erste siebte für klubs also ich will jetzt noch mal was zu den klubs sagen und warum das der erste siebte ist ehrlich gesagt glaube ich die frage ist kann man von fast von selbst beantworten wenn wir jetzt und ich bin jetzt ganz vorsichtig mit terminen und ich werde hier keinen termin definitiv sagen aber ich gehe mal davon aus wir sind beim ersten dritten oder ersten vierten mit dem staat des gesetzes der mit kraft treten dann ist das erst der zeitpunkt an dem die länder die behörden bestimmen die sich um die zulassung der klubs kümmern können dann ist das erst der zeitpunkt an dem die klubs tatsächlich ihre anträge überhaupt stellen können an dem die überhaupt beantwortet aber bearbeitet werden können an dem überhaupt irgendwas passieren kann und ganz ehrlich ich weiß wie lange alleine ein vereinsregister eintrag und eine veränderung erfolg dauert und braucht dass das vor dem ersten siebten ernsthaft mit den klubs und dem start der klubs was wird das halte ich sowieso für sehr unwahrscheinlich ein vorlauf von drei bis sechs monaten nach start des gesetzes das ist durchaus realistisch und wir müssen den ländern schon zeit geben sich auf die neuen bedingungen einzustellen ich meine jeder weiß inzwischen dass wir auch in den kommunen erhebliche probleme haben fachkräfte zu gewinnen und irgendjemand muss die anträge und zwar vernünftig bearbeiten können das muss geschult werden das kann nicht mit in kraft treten des gesetzes funktionieren eine gestufte in kraft treten ein stufes in kraft treten ist an der stelle durchaus sinnvoll und kann und muss auch vorgenommen werden so kam ich versuche es noch mal nicht einzubinden immer mal wieder zwischendurch aber ich fürchte das klappt nicht und ich schwätze dann hier alleine sozusagen das macht die sache jetzt noch schwieriger ich habe vorher mal gucken können wenn kam was gesagt hat aber jetzt läuft es hier so durch und ich kann es nicht schauen also es wird immer wieder von nur noch verschiebungen gesprochen es sind keine verschiebungen auch das will ich noch mal deutlich sagen wir können nie einen konkreten termin sagen zu dem ein gesetz definitiv wie fertig werden kann weil verhandlungen nun mal irgendwann abgeschlossen werden müssen und in den verhandlungen immer neue positionen und dinge auftreten können die geändert werden müssen und es können auch andere dinge dazwischen kommen es hat auch niemand damit gerechnet dass wir die haushaltswoche mal eben an irgendeinen anderen platz schieben müssen also da gibt es verzögerungen das hat jetzt nicht nur was mit dem cannabis gesetz zu tun es gibt viele gesetze die eine ganze zeit brauchen bis sie tatsächlich beschlossen werden ich will jetzt noch einen punkt wenigstens ansprechen der jetzt habe ich noch mal eine anfrage gekriegt aber das sind alles andere ich glaube kam hat sich in den hat sich zurückgezogen so eine frage will ich wenigstens noch ansprechen weil das ja auch ein sehr strittiges thema war die frage was heißt eigentlich entfernung von für die konsumentinnen und konsumenten das ist jetzt gegangen auf sichtweite zu den jeweiligen einrichtungen also die einrichtungen sind nicht rausgenommen worden ist gegangen auf sichtweite und um das klarer zu definieren ist gesagt worden dass sichtweite im regelfall etwa 100 meter vom eingangsbereich entfernt ist aber der kern an sichtweite ist auch ich muss es sehen können und wenn es definitiv nicht zu sehen ist auch aus 70 metern entfernung dann ist auch die entfernung nicht so entscheidend soll es entscheiden dass ich es nicht sehen kann es gibt ja auch einrichtungen die wollen gar nicht dass man sie womöglich erkennen kann weil sie für spezielle gruppen vielleicht sind oder ähnliches das ist dann ja für die konsumentinnen und konsumenten schwierig das heißt die müssen es schon wissen und insofern ist sind die 100 meter eine hilfe um das einschätzen zu können und grundsätzlich gilt in sichtweise der einrichtung das halte ich auch für sehr richtig und das ist im sinne des kinder- und jugendtutzes auch eine vernünftige maßnahme die cannabis clubs untereinander übrigens das ist auch geändert müssen nicht zwingend einen abstand einhalten das wäre auch etwas schwierig im genehmigungsverfahren oder wenn mehrere gleichzeitig etwas beantragen wie will man das dann hinkriegen deren abstände auch noch in irgendeiner form festzuhalten so jetzt gucke ich noch mal ob es geht nicht mit mir live so zählt der balkon zur wohnung also mietrechtlich zählt er zur wohnung mit bestimmten anteilen würde man sagen dass das dann auch so ist kamen kann mir keine anfrage schicken tja dann schicke ich noch mal eine an kam mal gucken ob das was bringt gucken wie kann ich denn mal im moment plus so jetzt habe ich kam noch mal eine anfrage da bist du so ich habe mir die haare gerauft ich glaube ich gelitten du hast mich aber reden hören nehme ich an ich habe versucht die zeit zu überbrücken und du siehst mich jetzt auch hoffe ich ja jetzt sehe ich dich auch super alles klar so jetzt habe ich schon viel geschwätzt du hast schon gehört was ich gesagt habe jetzt lasse ich dir dann erstmal zeit auch ein bisschen was zu sagen dann kann ich hier nachgucken welche frage schon gekommen sind ja ich muss gestehen ich habe dir nicht immer zu 100 prozent zu gehört weil ich mein instagram auf und wieder zugemacht habe und stream neu gestartet habe und was man halt so tut ich habe geguckt ob die app auch wirklich up to date ist und so genau deswegen weiß ich jetzt gar nicht genau was du alles erzählt hast aber ich würde vielleicht mal was zu den straftaten sagen gute idee ja genau also ihr konntet das ja schon lesen die kirsten ist damit heute morgen rausgegangen zu den sogenannten ordnungswidrigkeitskanälen das ist jetzt in der tat so dass wir quasi zwischen 25 und 30 gramm nicht in der strafbarkeit von bis zu drei jahren gefängnis sind sondern in der ordnungswidrigkeit das gleiche gilt für die obergrenze die leider nicht gefallen ist in den verhandlungen zwischen 50 und 60 gramm ordnungswidrigkeit das ist aber eine riesen erleichterung quasi für die sicherheitsbehörden und tatsächlich auch für die konsumentinnen und konsumenten also zumindest ist es unsere einschätzung nach so einfach weil es auch ein deutliches zeichen setzt dass man nicht ab 0,1 gramm drüber in der strafbarkeit ist es ist auch ein zeichen für die die polizei weil sie eine einschätzungsprärogative hat bei einer ordnungswidrigkeit genau und deswegen glauben wir dass das sehr viel druck aus dem kessel nimmt um das einfach mal so zu sagen und was wir zum beispiel auch geschafft haben was auch sehr wichtig war ist dass der bußgeldrahmen deutlich abgesenkt worden ist der war ja am anfang sehr weit oben also bei 100.000 euro bußgeld für einmal in konsumverbotszonen konsumieren das war natürlich viel zu viel das ist deutlich abgesenkt worden auch das ist zum beispiel im bereich der strafbarkeit genau ein großer erfolg würde ich mal behaupten ja und das tatsächlich für alle seiten ohne dass damit in irgendeiner form sozusagen risiken nicht mehr entsprechend gewürdigt werden und man muss auch dazu sagen es gibt auch dinge die verschärft wurden da persönlich kann ich jetzt nur sagen das halte ich auch für richtig verschärft sind all dies strafen worden ist es immer da wo wir die weitergabe insbesondere an kinder und jugendliche haben denn genau die wollen wir natürlich nicht und wer das macht der muss allerdings mit dann noch mal deutlich empfindlicheren strafen rechnen als das vorher der fall gewesen ist es ist nicht nur erleichtert worden unser ziel ist ja durchaus auch kinder und jugend schutz und das gleiche gilt übrigens für den bereich organisierte kriminalität also da wo sozusagen handlungen auf organisierte oder bannkriminalität glaube ich heißt das gar nicht so im bild schließen lassen auch da gibt es einen erweiterten strafrahmen also wir haben verbessert für diejenigen die wirklich einfach konsumieren und ich sage jetzt mal ihre ruhe haben wollen aber wir haben es verschärft für diejenigen die sich dann am ende insbesondere im bereich kinder und jugend schutz nicht an das gesetz halten es sind noch ganz kurz um das auch noch mal zu erläutern das war auch noch eine anregung die wir aus dem bundesrat vom deutschen richterbund und auch von der gdp noch mal bekommen hatten weil nämlich ab einem gewissen strafmaß überwachungsmaßnahmen nicht mehr möglich sind oder um das noch mal zu betonen wir haben das so ausgestaltet auch die strafverschärfung dass es rein um die weitergabe an minderjährige geht und auch nur dann darum wenn man quasi organisierte kriminalität hat also das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen aber wir mussten die strafrahmen auch erhöhen damit man eben den einstieg in die strafprozessordnung hat das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen technisch aber das da sind wir tatsächlich dann auch einigen anliegen aus dem bundesrat und sowas nachgekommen jetzt ist gerade die frage durchgelaufen was ist wenn die mehrheit dagegen stimmt also wenn die mehrheit gegen ein gesetz stimmt dann gibt es das gesetzlich das ist leider immer so wir gehen aber schon davon aus dass die mehrheit diesem gesetz dann auch zustimmen wird und es ist auch wirklich ein gesetz dem man zustimmen kann ich glaube kompromisse sind halt immer kompromisse das heißt wir erreichen nie das hundertprozentige ziel letzten endes ich hatte kam noch mal was gesagt zu den abstandsregeln sichtweite und 100 meter da gab es noch fragen zu ich sage jetzt mal ich habe das leihenhaft interpretiert die sichtweite ist erstmal entscheidend wenn ich etwas gar nicht sehen kann dann ist egal ob ich zehn meter davor stehe oder 300 meter weg bin im grunde sind die 100 meter auch eine eingrenzung weil wenn ich jetzt adleraugen hätte sehe ich vielleicht auch 500 meter entfernte schule irgendwo blinken und damit man dann nicht sagen kann mit deinen augen hätte sie aber sehen können ist halt in der regel 100 meter das ist dann auch für die polizei und für die ordnungsbehörden der erleichterung oder habe ich das ja genau also das muss man vielleicht sagen weil viele sich jetzt auch wie ich gesehen habe in den kommentaren auf diese 100 meter eingeschossen haben auch heute den ganzen tag über schon entscheidend ist tatsächlich die sichtweite und diese 100 meter sind nur noch mal ein abgrenzungskriterium im sinne von naja aber wenn es 100 meter weiter weg ist dann ist quasi definitiv nicht mehr in sichtweite damit man quasi auch hier wieder für mehr rechtssicherheit sorgt bei der polizei die polizei hat ja tatsächlich auch gesagt das ist eine unkontrollierbare starre meter grenze das ist für die nicht machbar wir haben ja auch viel mit den karten und sowas angeschaut und deswegen ist es jetzt deutlich einfacher es geht um die sichtweite und spätestens ab 100 metern also wenn man sich mal wirklich nicht sicher ist ist das noch sichtweite wenn man besonders gutes sichtfeld hat vielleicht dann ist es aber definitiv ab 100 metern kein problem mehr dort zu konsumieren also das ist was das so in der konstellation auch häufiger gibt zum beispiel auch im straßenverkehrsrecht bei sichtweite im nebel zum beispiel genau und gerade ist noch mal die frage straßenverkehrsrecht guter punkt zur erlaubnis verordnung gekommen weil da drin steht dass eben gelegentlicher konsum jetzt nicht mehr also dann nicht mehr zur zur mpu und zu den dingen führt da war die frage was ist gelegentlicher konsum eigentlich muss man es umdrehen also uns war es wichtig dass die fahrerlaubnisbehörde nicht reagieren muss wenn sie schlicht erfährt dass jemand sich cannabis besorgt also zum beispiel in einem club ist aber wenn sie den konkret und begründet verdacht hat dass es sich hier um jemanden handelt der sozusagen eine sucht entwickelt oder oder unkontrolliert mit cannabis umgeht also man muss es umdrehen dann muss sie diesen tatbestand begründet vortragen und dann kann sie wie bei alkohol auch über die frage der fahrerlaubnis nachdenken oder genau und was man vielleicht auch noch sagen kann wir haben uns natürlich auch mit der mpu beschäftigt und so wie ich unsere einigung jetzt verstanden habe ist man nicht mehr automatisch in der mpu das war unseren verkehrspolitiker innen tatsächlich auch noch mal sehr wichtig und uns beiden natürlich auch und das ist auch glaube ich ein bisschen was was man schon mal in den vordergrund ausstellen kann ja dann gibt es noch die frage wie hoch der grenzwert angesetzt wird also da haben wir tatsächlich in den einigungen die expertenkommission beauftragt das bis 31 dritten dann tatsächlich festzulegen die werden letztlich entscheiden wie hoch der grenzwert angesetzt wird und dann muss das gesetzlich umgesetzt werden das wird dann aber in der straßenverkehrsordnung ist es kam nicht straßenverkehrsgesetz straßenverkehrsgesetz im straßenverkehrsgesetz gut da sieht man im straßenverkehr bin ich dann ganz raus eigenanbau und grenzwert bei patienten ist kein anderer als bei nicht patienten also der eigenanbau ist nicht differenziert geregelt zwischen patientinnen und patienten und zwischen anderen der eigenanbau ist für alle letztlich gleich geregelt außer dass patientinnen und patienten ja durchaus ausnahmeregelungen gibt die gelten auch für betäubungsmittel insgesamt und dann ist es natürlich wenn sie aufgrund ärztlicher verordnung was ich nicht weiß ob das vorkommt mehr als 50 gramm besitzen dürften weil sie das für ihre erkrankungen brauchen dann dürften sie das auch aber das wäre dann eben ärztlich verordnet und das ist dann natürlich nochmal ein unterschied ansonsten gilt aber für eigenanbau und den grenzen und gilt dann genau das gleiche und der grenzwert im verkehr würde auch für beide gleich gelten wobei es bei patientinnen und patienten ja durchaus ausnahmeregelungen gibt die gelten auch für betäubungsmittel insgesamt so jetzt gucke ich nochmal dürfte man in holland einen coffeeshop kaufen kam das kommt auf die holländischen regeln drauf an wenn man da kaufen darf da darf also es gilt quasi das niederländische recht in den niederlanden man darf allerdings nicht damit über die deutsche grenze würde ich mal behaupten ja weil die einfuhr das problem ist also ich würde auch sagen ob der kauf das problem ist entscheiden die niederländer das entscheiden wir gar nicht das ist weiß ich gar nicht ob das jetzt aktuell glaube ich ist es gestattet also können können kann ja das war mal eine regelung dass quasi nur niederländer kaufen dürfen sollte mal unterwunden werden aber sozusagen einführen darf man es von holland aus nicht und insofern ist die einfuhr wenn man dabei dann erwischt wird tatsächlich das problem dann hat man zwar möglicherweise nach holländischem recht legal erworben aber nach deutschem und holländischem recht übrigens dürfte man auch von deutschland nicht nach holland einführen ich glaube das ist bei denen genauso wie bei uns geregelt also wer hier legal cannabis im social club erwähnt erwirbt oder bekommt kann das auch nicht einfach mit über die grenze nehmen ganz so einfach das merken auch patientinnen und patienten immer da gibt es auswahlmeregelung und bestimmungen also da ist ja ein fuhr und ausfuhr das problem nicht so sehr der kauf in dem in dem coffeeshop wenn ich das jetzt richtig sehe guck gerade noch mal ja wie hoch die strafen zwischen 50 und 100 gramm sind wenn man jetzt beim beim eigenanbau das also wir hatten ja schon gesagt bis 60 gramm also zehn gramm drüber ist wieder ordnungswidrigkeit und wie hoch dann die strafe angesetzt wird bei über 60 gramm bei bis zu drei jahre ist es im gesetz ausgestaltet und wenn man jetzt quasi mit mehr als 60 gramm trockenem getrockneten cannabis blüten zu hause quasi erwischt wird wobei man natürlich sagen muss die unverletzlichkeit der wohnung diesen sehr hohes gut also auch da ist quasi ein gewisse tatsachen die annahme rechtfertigen dass man wirklich mehr als 60 gramm getrocknete blüten zu hause hat dann ist es aber so dass es natürlich wie ganz normal in dem strafverfahren läuft anzeige strafverfahren und entscheidet ein entscheidet ein richter oder eine richterin genau wie viel man dafür bekommt ob das auf bewährung ausgestellt wird oder nicht und vielleicht wie ich es vorhin auch gesehen habe, bei den Bußgeldern. Das kann man bekommen oder bekommt man, wenn man eine Ordnungswidrigkeit begeht und in der Regel sind die Höhen der Bußgelder einkommensabhängig. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man zum Beispiel in der Grundsicherung ist, dass man dann 30.000 Euro Geldbuße zahlen muss, sondern es ist einkommensabhängig. Das sind quasi Gedeckelungen nur. Und gerade kam noch die Frage, ob die straf- und ordnungsrechtlichen Fragen auch THC-gehaltabhängig sind, außer bei der Frage in den Cannabis-Clubs, wo es dabei geblieben ist, dass bis 21-Jährige nur niedrigere THC-Werte haben dürfen. Ich meine, eine Abgabe ist da dann zumindest auch eine Ordnungswidrigkeit, wenn man das nicht einhält. Gibt es ansonsten aber keine THC-Grenzen, die nochmal, also die 50 Gramm können THC-X oder Y haben, völlig egal, wenn es 50 Gramm sind, sind es 50 Gramm, oder? Genau, so ist es. Aber jetzt ist das eigentlich fast ein bisschen peinlich für so vielen Leuten. Ich glaube, wir haben auch keine THC-Obergrenze für unter 21-Jährige in Cannabis-Clubs. Das sind doch nur die 30 Gramm, oder? Ich meine, THC-Grenze 10 und 30 Gramm. Aber ich könnte es jetzt nachgucken, glaube ich. Aber ich würde sagen, es gab beides. Und ich würde sagen, es ist nicht geändert. Aber das... Ja, wir gehen da jetzt einfach mal so drüber. Ihr könnt das dann in den Formulierungs-Internatien. Wir gucken es nach. Aber wie das ja jetzt ist, also dass quasi das Gericht dann feststellt, wie hoch der THC-Wert ist und dann irgendwie die Strafe bemisst und so, das ist aktuell auf jeden Fall nicht vorgesehen. Genau. Es gibt noch zwei Fragen, die immer wieder gestellt werden. Weitergabeschenkung. Das ist nicht möglich, weil das weiterhin EU-rechtlich ein Problem ist. Weil das EU-Recht sozusagen jegliche Nutzung außerhalb der Eigennutzung kategorisch ausschließt und wir da Sorge hatten, dass wir andernfalls mit dem EU-Recht kollidieren. Und es gab noch eine zweite Frage, die immer wieder... Achso, die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die Anstellungsverhältnisse in Vereinen. Das haben wir zumindest noch mal konkretisiert. Also es war schon immer so, auch nach dem Gesetz, was jetzt vorliegt, dass man durchaus hauptamtlich Angestellte haben darf, aber nicht für den Anbau. Und da stellte sich die Frage, wofür denn? Und deswegen haben wir das noch mal konkretisiert. Also wenn jemand sich mit den Dokumentationsfragen beschäftigt, Qualitätssicherung macht, das kann auch ein externer Qualitätsberater sein, was ja sinnvoll sein kann, das darf durchaus alles hauptamtlich sein, aber die Blüten abschnippeln darf kein hauptamtlicher oder höchstens jemand, der geringfügig beschäftigt tätig ist. Das ist letztlich so geblieben, aber von uns noch mal konkretisiert worden. Und auch das ist ein Aspekt des EU-Rechts, weil wer Geld dafür bekommt, dass er Cannabis anbaut und ähnliche Dinge macht, der macht es dann eben nicht mehr für den Eigenanbau. Und damit haben wir das Risiko Eigenanbau, Fremdanbau. Und deswegen sind wir da auf Nummer sicher gegangen, um nicht das gesamte Gesetz zu gefährden. Gibt es noch einen Punkt, Carmen, den du gesehen hast, der... Ja, ich weiß nicht, wie viel du über den Eigenanbau schon geredet hast. Also es kam mir jetzt immer wieder und das ist natürlich auch ein berechtigter Punkt. Naja, also 50 Gramm, da ist ja schön, dass das erhöht wurde. War ja auch eine der Forderungen aus der Community, wenn man es nicht streichen kann, dann erhöhen. Aber quasi 50 Gramm ist ja einfach viel zu wenig. Dazu kann man vielleicht noch mal sagen, dass wir uns das natürlich auch sehr genau angeschaut haben und mit 1 zu 5 Umrechnungsmaßstäben gerechnet haben und wir schon der Auffassung sind, dass wenn man klug anbaut, da jetzt in keine Schwierigkeiten kommt und auch seinen Bedarf decken kann. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie der Durchschnittsbedarf eines Konsumenten oder einer Konsumentin ist. Genau, deswegen gehen wir davon aus, dass man da nicht immer sofort in der Strafbarkeit ist, sondern wenn man quasi klug anbaut, da immer mit den Mengen gut hantieren kann. Genau. Und wenn man zum Beispiel zu zweit zu Hause ist, hat man ja auch schon 100 Gramm. Weil es geht ja pro Person letzten Endes und nicht sozusagen pro Haushalt. Und weil es trocken ist, das hast du, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ja, genau. Ja, es gibt immer wieder, also ich habe jetzt, weiß nicht, ob dir das auch so ging, ganz viele Mails gekriegt, wo dann sozusagen mit Prozentangaben abgefragt wurde und irgendjemand wollte, dass wir prozentual trocken definieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird die Sache eher viel komplizierter machen, wenn wir damit anfangen würden. Also für mich ist trocken trocken und darauf würde ich auch immer mich stützen und sagen, dann ist eben keine Feuchtigkeit mehr drin. Wenn jemand das Zeug feuchter nutzen kann, ja, dann ist es eben nicht trocken. Okay. Was jetzt auch noch viel durch, also jetzt einmal hat hier jemand ganz wild Abstimmung, Fragezeichen, 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 wann. Da muss ich zumindest die nette Anekdote sagen, dass ich immer wieder, wenn was nicht so geklappt hat, kam, wie wir beide das gesagt haben, den Rüffel kriege, wenn ihr doch nicht genau wisst, dann sagt lieber gar nichts. Fünf Minuten später fragt aber der Gleiche und die Gleiche an, wann kommt denn jetzt die Abstimmung. Und da kann man nur zu sagen, ich habe das vorhin schon mal versucht, das können wir im Moment einfach noch nicht sagen. Wir hoffen immer noch und gehen davon aus, dass es in diesem Jahr in der 50. KW sein kann. Es kann aber auch Anfang Januar sein. Also deshalb, eigentlich habe ich mir jetzt vorgenommen, keine definitiven Termine mehr zu sagen, weil die fliegen uns am Ende immer dann um die Ohren und dann kriegt man auch noch den Ärger, dass man überhaupt was gesagt hat. Also wir sind sicher, es wird verabschiedet. Und wir sind sicher, das glaube ich, sagen wir mal, im nächsten Jahr wird man nicht mehr bestraft werden, wenn man bestimmte Mengen Cannabis dabei hat und all diese Dinge, die man im Gesetz sieht. Aber sicher sagen, dass es jetzt am 16. Dezember gemacht wird oder am 4. Januar oder am 17. Januar, das können wir nicht. Es sei denn, du verbesserst mich jetzt und sagst, jo, ich habe das Datum, bei mir ist das erschienen sozusagen. Nee, da muss man einfach sagen, wir wissen aktuell noch nicht, wann wir wie den Haushalt verhandeln und all solche Dinge. Deswegen hat es uns leider mal wieder alles durcheinander gewirbelt. Und genau, bevor wir uns jetzt hier wieder mal zu weit aus dem Fenster lehnen, wir haben ja auch gelernt, sagen wir einfach, unser Plan ist es, so schnell wie möglich aufzusetzen, wenn es im Bereich des Möglichen ist. Und verabschieden werden wir es auf jeden Fall. Genau. Und das Gesetz, also das jetzt neu ruchbar gewordene Änderungsgesetz, sieht ja, ich glaube, den 1.4. jetzt als in Kraft treten und den 1.7. für die Clubs, also irgendwie drei Monate Verzug vor. Und für die Einhaltung dieser Fristen wäre alles, was bis, ich glaube, Ende Januar passiert, auf jeden Fall unproblematisch. Februar wird sogar auch noch gehen. Februar wird sogar auch noch gehen. Weil, genau, weil das müsste der Bundesrat im März erst sozusagen und der wird dann, okay. Also unser aller spätestens, wenn wir die Inkrafttretenregelungen einhalten wollen, die im Gesetz stehen, müssen wir aller spätestens den Bundesrat im März erreichen. Genau. Dann haben zwar die Länder nicht mehr so viel Zeit, um sich das auf das Gesetz einzustellen, aber da das ja jetzt alles öffentlich ist, gehe ich davon aus, dass Sie jetzt gerade anfangen, Sie das vorzubereiten. So, jetzt will ich noch einen letzten Punkt ansprechen und dann kam, falls du noch einen willst, natürlich auch gerne, den ich immer wieder gesehen habe. Da geht es um die Leute, die mit Nutzhanf und CBD unterwegs sind, die Frage der Rauschklausel. Die wird nicht in diesem Gesetz fallen, aber ich kann sagen, wir sind uns einig, dass sie eigentlich nicht Sinn macht. Und es gibt sie auch in einer Reihe anderer EU-Länder. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in einem EU-Land die Rauschklausel noch gibt, außer in unserem. Problem ist aber europarechtlich, wenn ich etwas erst mal gemacht habe, dann bedeutet auch die Wegnahme eine Änderung, die im Zweifel zur Notifikation, also zur Notifizierungspflicht durch die EU führen kann. Und das wollten wir auf keinen Fall. Deshalb ist die Idee, das in einem Gesetz zu machen, das jetzt nicht gerade das Cannabis-Gesetz ist. Und das gehört ja eigentlich auch in Ernährung und Landwirtschaft und nicht zwingend jetzt in den Bereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Also insofern gehen wir davon aus, dass man sich an der Stelle dann um diese Frage auch sehr zügig kümmern wird. Allein die Herausnahme aus dem BTMG hilft da sicherlich schon. Und da kann man jetzt drauf aufsetzen. Und das wird ja passieren mit dem Gesetz. Hast du jetzt noch, also bei mir ist es jetzt bei der Frage mit der Abstimmung, Fragezeichen hängen geblieben. Ja, ich habe hier noch relativ viel. Ich habe auch viele, die immer wieder Amnestie-Fragezeichen schreiben. Also wir haben an der bestehenden Amnestie-Regelung, die schon im Gesetz war, nichts mehr geändert. Wir haben nochmal nachgefragt gehabt, wie das denn tatsächlich mit den CBD-HändlerInnen ist, die jetzt verurteilt wurden. Und da war zumindest die Einschätzung, dass die auch unter diese Amnestie-Regelung fallen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir haben gesagt, wir sind rundum zufrieden mit der Amnestie-Regelung, die enthalten ist. Das heißt, in dem Moment, in dem das Gesetz verabschiedet wird und in Kraft tritt, könnt ihr dann euren Antrag auf Löschung der Straftaten aus dem Bundeszentralregister stellen. Die Möglichkeit gibt es. Die haben wir nicht weggenommen. Das wollten einige Bundesländer einfach, weil es ein großer Verwaltungsaufwand auch für die Justiz ist. Das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Wir haben aber gesagt, uns ist das so wichtig, dass es eine Amnestie gibt. Deswegen ist sie auf jeden Fall auch drin geblieben. Genau. Und jetzt vielleicht nochmal kurz formal. Was heißt jetzt diese Einigung? Die Einigung ist die Einigung unter denjenigen, die das Gesetz behandelt haben für die jeweiligen Fraktionen. Diese Einigung muss jetzt noch in den jeweiligen Arbeitsgruppen beschlossen werden. Auch die kriegen natürlich die entsprechenden Unterlagen. Dann muss die Einigung mit den Änderungen in den Ausschuss eingebracht werden. Und im Ausschuss wird dann am Ende darüber befunden, ob sie Einfluss ins Gesetz findet. Und dann wird das abschließend so geänderte Gesetz beschlossen im Ausschuss zunächst mal. Dann gibt es noch eine Reihe Ausschüsse, die müssen parallel, weil sie mitzeichnungspflichtig sind, sage ich jetzt mal, das beschließen. Da gehört auch der Rechtsausschuss und andere zu. Und danach geht es dann zur zweiten und dritten Lesung ins Parlament. Also es ist noch ein kleiner Weg dahin durchaus. In aller Regel ist sowas innerhalb von einer Woche, anderthalb Wochen, vielleicht zwei Wochen zu schaffen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es sozusagen jetzt entsprechend weitergeht. Das vielleicht nur noch mal zum Verständnis, was Einigung bedeutet. Es verhandelt ja immer eine Verhandlungsgruppe. Die kommt aus dem jeweiligen Arbeitsgruppenbereich und wird dann häufig auch unterstützt von verschiedenen Stellen. Und dieses Ergebnis muss jetzt sozusagen noch insgesamt abgesegnet werden. Das haben jetzt die drei Verhandlungsgruppen so abgesegnet für sich erst mal. Das vielleicht noch mal zum Vormalenweg. Und ja, Kam, dann würde ich sagen, vorab stehen wir uns von hier. Und ich nehme an, auch du dich dann für heute aus dem Bundestag. Oder bleibst du noch ein bisschen? Ich bleibe tatsächlich noch ein bisschen. Ich gehe jetzt zurück in meine Landesvorstandssitzung. Genau. Und ich würde aber sagen, weil ich habe das Gefühl, es sind jetzt echt noch ein paar Fragen offen gehalten. Ich habe ja schon so ein bisschen gedacht, das ist jetzt heute unser letztes Insta-Live, weil beim nächsten Mal sehen wir uns wieder quasi in der zweiten, dritten Lesung im Plenum. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach noch ein paar Detailfragen, die wir vielleicht dann beantworten, wenn bei uns die Änderungsanträge auch durch die Gremien gegangen sind. Das heißt, ich würde sagen, wir melden uns noch mal. Oder, Birk? Aber gerne. Ein Insta-Live mit dir, das werde ich vermissen. Aber wir haben ja noch Säule 2 kamen. Das darfst du nicht vergessen. Insofern gibt es bestimmt noch eine Reihe Insta-Lives. Cannabis wird uns bis zum Ende der Legislatur nicht zufrieden lassen. Da wäre ich mir ziemlich sicher. Und das zeigt vielleicht auch schon für alle, ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir auch zu Säule 2 noch kommen. Also insofern, aber gerne, dann machen wir doch, gucken wir mal. Wir haben ja die Fragen und ihr könnt uns natürlich auch noch weiter Fragen stellen. Und soweit wir sie nicht ad hoc beantworten, wenn die Sachen durch die Gremien sind, dann melden wir uns noch mal und dann werden wir auch noch mal auf detailliertere Fragen eingehen an der Stelle. Erstmal schönen Dank fürs Zuschauen. Dirk kam, schönen Dank dafür, dass du dich zugeschaltet hast. Was da schiefgegangen ist, wissen wir nicht. Das ergründen wir auch noch. Und dann werden wir nach strenger Absprache mit unseren Geräten das Ganze besser hinkriegen beim nächsten Mal. Tschüss zusammen und eine gute Nacht all denjenigen, die jetzt, wie ich, ihre Arbeitsstelle oder was auch immer verlassen. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.